So, willkommen zurück zum kollegialen nächsten Part zu Let's Play Together Diablo 3 und wir nehmen sofort den Schrein der Erleuchtung. Es hat sich viel getan, mittlerweile verlangt Nippels für die Öffnung von Pony der Hölle statt 10, 15k. Und wir sind immer noch in dieser dämlichen Höhle, äh, Ruine, Entschuldigung, Ruine. Ich habe das Gefühl, dass der besagte Typ aus dem Chat auch ein Schrein der Erleuchtung bräuchte, weil meistens ist nicht klug, wenn man was nicht loskommt, es dann teurer zu machen. Oder er kriegt es wirklich gut los. Ich glaube es kaum. Ja, das bestimmt nur einmal. Oh, guck, da liegt ein Kopf. Ah, so ein Kopf. Das ist Zoltan, cool. Ich habe gesehen, wie ein Zauberer auf Inferno Diablo getötet hat. Äh, ich meine, der Boss, der am Schluss kommt. Ähm, keine Ahnung, ob es das Diablo ist. Und zwar, ähm, ähm, der hat nur Hydra, äh, der hat den nur durch die Hydra geführt. Der hat die ganze Zeit nur Eistrahl gemacht, um ihn zu frosten, damit er langsam wird. Und dann hat er nur Hydra gehabt, was den Angriff übernommen hat. Da gibt es jetzt Teil 2 und Teil 6 Tagebuch eines Jägers. Also, die können wir jetzt nicht hier alle lesen. Cool, verspottet. Ne, die lese ich jetzt. Ne, die lese ich jetzt nicht alle. So, hier geht es dann auch schon wieder raus. Juhu. Und sind wir hier auch schon fertig? Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen looten. Ich will noch ein bisschen looten. Komm schon, Alter. Ich habe noch ein bisschen Platz. Jetzt müssen wir in unsere versteckte Lage gehen. Verstecktes Lage bestellen. Und noch ein bisschen looten. Oh. Ach so, ja, dann können wir ja eigentlich warten. Es trifft sich gut, weil wir wahrscheinlich eh alles wieder verkaufen müssen, wie ich euch kenne. Ach so, ist es richtig. 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 Dann nehme ich mal die Befehle des Betrügers so. Überwälte ich den Feind und ergreift seine Gefährten. Unter ihnen ist eine Hexe und ein Mädchen. Bringt sie zu mir, zusammen mit dem schwarzen Seelenstein. Sie suchen dort nach dem Kopf von Syltun Kull. Durchkämmt die Oase danach. Der Schädel enthält noch uralte Magie. Und ich muss ihn haben. Ich habe hier noch einen Kopf. Warte mal, Uli, erst mal kannst du Tester brauchen. Wahrscheinlich nicht, oder? Äh, nee. Tester auch nicht, oder? Dann hau es selber weg, oder? Also, ja, klar. Nee, danke. Aber du kannst es auch wegrauen, also. Also. Und dann kann ich dir 45 Gold geben. Ach, wo? Grüßendieb. Nimm diese Karnisonskunst. Sie wird deine Arme schmücken. Braucht jemand von euch den Dolch hier? Danke. Uli, vielleicht du? Ah, ja, doch. Kann ich brauchen, danke. Was? Und dann habe ich hier noch einen Kopf, äh, Kopf oder Mönch hier. Hahaha. Ich kann billig verkaufen. Wünsche Waren einfach wieder von eurer Leiche. Ich bringe sie mal rüber, den Mönch. Oder war er schon da? Und ich habe es schlichtweg gestohlen. Zweiteres, schade. Es ist soweit. Lea, wir sind den Zauber, den ich dir beigebracht habe. Moment, Adria redet. Sorry. Ich lebe wieder. Sollton Kull. Wir brauchen euch, um den schwarzen Seelenstein zu aktivieren. Damit wir mit ihm die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ich erkenne eure Stimme, Fremder. Sie hat mich im Tod verfolgt, so wie sie mich zu Lebzeiten befrihlicht hat. Tyreil. Der bin ich. Doch jetzt sterblich. Aha. Das Schicksal ist wunderlich. Also. Ich spreche nochmal gleich mit dem. Ich werde euch den schwarzen Seelenstein geben. Aber als Gegenleistung muss ich wieder zusammengesetzt werden. Ihr wart früher ein Verräter. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht zu einer noch größeren Bedrohung werdet, sobald ihr gänzlich wiederbelebt wurdet? Das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch selbst fragen. Wie viel würdet ihr riskieren, um diese elende Welt zu retten? Alles. Ah, so sei es. Um anzufangen, müsst ihr mein Blut in den trostlosen Sanden jenseits der Aquädukte finden. Ich werde mit euch gehen. Wir sollten kurz Kopf mitnehmen. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde ihn in eure Tasche legen. Bäh. Nimm den Kopf, ich lege dir in die Tasche. Kein Ding. Okay, was wolltest du jetzt fragen? Und zwar gibt es doch so die Be... Warte kurz, ich muss kurz lesen, wie das heißt. Begleitende Teile oder sowas. Oh Gott, das ist mir... Zünder, zünder. Ich musste diesen. Oh, das war übel. Ja? Es gibt doch Begleiter irgendwo. Und diese Begleiter, wo kann ich die denn verwenden? Kann ich die sockeln oder was? Was ist das? Hä, ne, die Begleiter, das sind die drei Leute, die du mitnehmen kannst. Den Schuft, den Templer und die Zauberin. Die kannst du aber nur mitnehmen, wenn du alleine spielst. Nicht, wenn du mit anderen Leuten zusammenspielst. Und die Gegenstände, die du hast, es gibt dann spezielle Gegenstände. Zum Beispiel Gegenstand für den Schuft oder für den Templer oder für die Zauberin. Und das kannst du dann den jeweiligen Leuten geben. Aber zum Beispiel, du kannst es denen auch jetzt schon geben, aber du kannst es nicht mitnehmen. Wenn du zum Beispiel... Ja, aber du kannst es quasi... Aber das ist quasi... Wenn der Begleiter steht, dann kannst du es nur für den Begleiter quasi verwenden. Ja, ja, du kannst zum Beispiel hier hingehen, zu dem Templer. Du kannst dann anklingen, dann kannst du sagen Inventar. Und dann siehst du, was der im Inventar halt hat. Und dann kannst du dem da die Sachen geben, die für ihn sind. Kannst du ihm auch Fähigkeiten geben, also Skills quasi verteilen. Aber wie gesagt, kannst du nur im Singleplayer mitnehmen dann. Aber du kannst ihm jetzt auch die Sachen schon geben. Ja gut, alles klar. Warte mal. Warte. Okay. Betreten wir die uralte Wasserstraße in der Oase von Dalgur, oder? So. Juhu. Los geht's. Michael, du bist schon... Ihr seid wirklich interessant, nicht wahr? Ich frage mich, ob eure Freunde wissen, wer ihr wirklich seid. Was wollt ihr damit andeuten? Oh, mit der Zeit... Wie viel Parts machen wir eigentlich noch? Pst. Mit der Zeit... Ähm, wie lange kannst du? Was denn so... Elfe wäre halt vielleicht... So ein Zeitpunkt, was denn so? Ja, dann machen wir den Part noch und danach noch einen. Ja, okay. Wir laufen in die falsche Richtung. Du bist ganz leise. Aber du musst lauter werden wieder. Du bist so leisig worden. Ich glaube, das Niesen hat mein Headset. Ist jetzt besser? Jetzt ist es besser. Ich glaube, ja. Das hat für mich den Lautsprecher weggebogen, weißt du? Ja, ja, ja. Ich verstehe. Vom Niesen. Ich hätte gerne eine Kamera gehabt. Ja, hätte ich auch. Von dir, ja, hätte ich auch gehabt. Aber mit so Slowmotion oder sowas. Also, ich habe das ja auch schon angekündigt, dass wir hier mit viermal Webkamera das aufnehmen wollen. Aber ich kann nichts dafür, dass es bei euch immer nicht klappt, ja? Ja, das ist die Technik, mein Lieber. Ja, ja. Technik, die begeistert. Ich hoffe, dass das bald klappt, ne? Also, wenn ihr zum Beispiel wisst, wenn ihr zum Beispiel auch ein Mac habt, erst mal herzliches Beileid. Aber wenn ihr euch damit auskennt, dann könnt ihr ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wie man da vernünftig ein Video aufnehmen kann und gleichzeitig noch zocken, damit es der Uli hier mal weiß und es mal machen kann dann. Ich weiß nicht. Gemein. Ne, ich meine vollkommener Ernst. Oh, guck. Wie heißt das Ding? Sturmschutzkeller, aha. Sturmschutzkeller, aha. Sag das zehnmal schnell hintereinander. So, hilf doch, geh mal! Sturmschutzkeller. Du hättest halt jetzt. Aber wir können jetzt auch so ein Video draus machen, so ein Zehn-Stunden-Video, weißt du, wie, ähm, so wie The Taking the Hobbits to Isengard. Kennst du das, Michel? Ja, sicherlich. Natürlich. Als Moderator von Roffel.to. Natürlich. So durfte ich das jetzt nicht verraten. Ich habe das schon mal einen Identitätspreis gegeben. Oh je. Oh, vielen Dank. Ich dachte schon, ich wäre ein toter Mann. Ich habe immer noch aus den Akkredukten gesammelt, damit er unsere Wasserversorgung nicht vertirbt. Die Arbeit wird nicht gut bezahlt, aber man findet jede Menge Verkäufliches. Schaut es euch mal an. Der hat nur Scheiß irgendwie. Ist wirklich Abfall, was der da gefunden hat. Ja, das hat er hier aus der Umgebung gefunden. Was will ich denn da Schönes finden? Ja, eben. Seht ihr? Ihr seid mehr wie euer Onkel, als ihr geglaubt habt. Vielleicht. Aber es gibt bestimmt Bücher über den schwarzen Seelenstein und Asmodal. Echt was, das mir dabei hilft, die Vermutungen meines Onkels. Au, Wermut-Gier-Galgen ist hier oben. Oh. Ich wurde geheilt. Also ich glaube, dass das echt nur gut aussieht, der Strahl. Vielleicht wird es durch ein Runen nachher besser, man weiß es nicht. Ja. Weil diese, die Arcane Kugel, diese rote, glühende, große, ist schon besser. Vor allem, wenn du es kombinierst mit Frostnova, dass du Gegner einfrierst, und dass du dann mit der Kugel drauf schießt, die dann auch Flächenschaden macht, bringt schon mehr, denke ich mal. Aber gut, jetzt verwenden wir es halt nochmal kurz weg im Optischen. Das ist gut. Sehr zuvorkommend von dir. Ja, ja. Vielleicht haben wir es tatsächlich geschafft, keine einzige Blume aufplatzen zu lassen. Ja, ja, ich weiß auch nicht. Wir sollten Erfolg kriegen, wenn man jede Blume mitnimmt. Dann hätte man bestimmt. Langsam, ja. Ach, da oben, guck. Da oben leuchtet es, genau. Ihr werdet die Aquadukte nicht betäten. Mein Meister Belial verlangt nach eurem Blut. Sprich den Namen aus von dem. Strass. 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 So heißt der in der Schlangensprache, weißt du. Strass. Der Reporter könnte es sagen. Strass. Strass. Das stimmt. Also. Ich kann dieses Tor für euch öffnen. Ihr werdet die Wasserstraße nicht betreten. Das hat auch nicht überzeugt, wirklich, die Drohung. Ach, würde ich den Kaiser Hakan gerne mal wieder sehen, hey. Ja, ich auch. Du bist so ein Spoiler, echt. Keine Zeit für ein Nettigkeit. Ich glaube, ich habe Bilder als Identität aufgedeckt. Nicht mehr lange. Eines müsst ihr jedoch wissen. Um cooles Blut zu finden, müsst ihr durch die Aquadukte gehen. Es gibt zwei Hebel, die den Eingang unter dem Wasserfall kontrollieren. Okay. Na dann, gehen wir durch die Aquadukte. Westlicher Kanal, auf geht's. Aquadukt. Die Geister sind an diesem Ort rum. Muck, äh, Mucken. Muck, Muck. Sie warnen mich vor kommenden Befachen. Ich glaube, man hat ein Wutgeschwind. Es ist Belial. So lange erlebt es ganz Caldeum im Belagerungszustand. Onkel Deckard hatte die Theorie, dass die Dämonenfürsten Dämonen zurücklassen. Ganz so, wie wir Fußabdrücke. Glaubt ihr das? Ja. Je mehr ich die Bücher meines Onkels studiere, dass sogar ich seine Weisheit als selbstverständlich betriffe. Scheiße, mein Spiel ist abgestürzt. Echt jetzt? Ja, ich bin auch für sie mit alter Polato rausgegangen. Sehr gut. Aber das Positive dabei ist, dass es eh gerade 15 Minuten um war und der Part sowieso zu Ende war. Ja, also auch das kommt ab und zu mal vor. Es tut mir leid. Ich bin draufgekommen. Jetzt muss ich mein Spiel jetzt mal wieder neu starten. Aber schön, dass ihr zugeguckt habt. Und dann sage ich... Und dann sage ich bis gleich zurück im nächsten Part. Ciao. Und dann sage ich bis jetzt mal wieder neu.